Lindsay Lohan bezeichnet ihren Partner Bada Shamas auf Instagram als ihren Ehemann. Haben die beiden heimlich ihre Hochzeit gefeiert? Hat Lindsay Lohan, 36, ihren verlobten Bada Shamas geheiratet? Erst im Februar hatte die Schauspielerin noch in einem Interview mit Extra erklärt, dass sie sich für die Planung der Hochzeit Zeit nehmen wolle. Jetzt sorgt ein neuer Instagram-Beitrag der 36-Jährigen für Spekulationen. Dort hat Lohan ein Pärchenfoto mit Shamas anlässlich ihres Geburtstags am 2. Juli ge teilt. Beide umarmen sich und strahlen in die Kamera. Nicht zu übersehen, ein funkelnder Diamantring an Lohans Ringfinger. Dazu schreibt sie, dass sie die glücklichste Frau der Welt sei. Im weiteren richtet sie sich direkt an ihren Partner, du hast mich gefunden und wusstest, dass ich gleichzeitig Glück und Anmut finden wollte. Ich bin fassungslos, dass du mein Ehemann bist. Mein Leben und mein Alles. Jede Frau sollte sich jeden Tag so fühlen. Seit Ende 2021 verlobt. Dass Lohan ihren Partner in dem Post als Ehemann bezeichnet, lässt vermuten, dass die beiden bereits Mann und Frau sein könnten. Eine Hochzeit wurde bis jetzt aber nicht bestätigt. Seit November 2021 ist ihre Verlobung öffentlich bekannt. Seit November 2021 ist ihre Verlobung öffentlich bekannt.